Ich hab's wieder verkackt. Okay, Moment. Glad to see, you didn't blow out Blackwells, you know. By the way, the drive-in is actually pop- Oh, okay, das haben wir schon. I'll let you take care of the popcorn, in other words, you can back out now. Okay, it's off-lish. Okay, it's officially sold out, but I managed to get us both tickets, had to fight a dozen bullies off for him, though, freaking nerds. Das ist doch schön zu hören. Um dich kümmern wir uns gleich. Oh, jetzt ist Nathan hier? Nathan und Frank zusammen? Das ist ein schlechtes Combo. Naja, ich würd's jetzt nicht together nennen, aber... Ich kann nicht mehr Tunes jetzt. Keys. Bisschen andere Musik wäre aber nett. Nicht, dass die schlecht ist. Haha, forgot about the fishing wall of fame. Das kennen wir, glaub ich, auch schon. Einmal sabbern. Hm. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Schlüssel, es sei denn, was haben wir hier? Ja. 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 Ach between. Ja. ... Ja. 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 Bitte kenne ich mich und lass mich wissen, was deine Erfahrung war. Was du denkst, was das sein könnte, ist das globale Wärme. Was ist das? All dieses verrückte Wetter. Du wirst nie wissen, wie weiblich diese Stadt ist, bei diesen Postkarten. Der Postkarte nennt sich nicht, dass die Studenten mit Schäden schraubt. Vielleicht haben wir es alle gemacht. Was sind dann die anderen Zeichen? Impliziert das jetzt schon das dritte? Dass die ganzen Vögel runterfallen? Okay, erstmal alles anschauen, bevor wir irgendwas tun. Ich sehe noch nicht, wie uns das helfen sollte, die Schlüssel zu bekommen. Ich sehe noch die Schäden, Max. Wie kann man die Schlüsseln schraubt? Wie kann man die Schlüsseln schraubt? oder schwer, was du willst? Take a picture of me and I'll break your fucking camera. How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. You're lucky I just took that gun from you. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer. Or even Nathan. And then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. Aus keinem Grund habe ich Lust mit Nathan zu sprechen. Rachel! Whatever the fuck. Oh, look, Max Amber. Is that your punk rock girl outfit? That was classic watching you turn on your everyday hero Jefferson yesterday. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. No worries, cause you're the one trying to fake it till you make it. At least you were smart enough to keep your big mouth shut in the principal's office. Next. Achso, ich schätz mal, wir können einfach schweigen. You're sugar daddy will always protect you. And threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Hmm? Spoiler alert. He's an asshole. Maybe I can help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. Holy shit, what do you want now? Immer weiter nerven. I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You were so stupid, Max. You think you're so goddamn smart too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Holy shit, what do you want now? Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies. Just go over to Frank and whisper higher education. You hook your ass up. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Okay, das ist interessant. Holy shit. I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, Virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that dumbass. Ah, don't talk to her. Oh fuck! We're just awesomeness. Oh, shit. können wir nicht. Wir können mit dem Cobb reden oder mit Frank. Erstmal mit dem Cobb reden. Erstmal noch die harmlosen Antworten. Was können wir machen, Max? Ich dachte, dass Nathan Prescott an den Blackwell betrifft. Sie wissen, was die Prescotts betrifft. Sie sind über Arcadia Bay. Sie sind nicht falsch, Max. Ich hörte, die Prescotts arbeiten auf ein paar neue, große Lande. Herr Prescott hat einmal meine Familie geholfen. Also habe ich mit ihm ein Gespräch gemacht, das ich nicht rauskriege. Mann, wenn ich in der Leben ein instantes Replay bekomme. Ich habe besser mein Frühstück erstens. Wir sprechen später, Max. Okay, Moment. Was kann ich für dich machen, Max? Was kann ich mit ihm machen? Was kann ich mit ihm machen? Ich habe mich mit ihm geholfen, dass du mit der Prescotts arbeiten für die Seite arbeiten. Jesus, diese Stadt nicht immer schreit? Ich habe mich nicht verantwortlich für die Arbeit extra. Ich habe mich mit ihm geholfen, um die Prescotts zu machen, um sich gut zu machen. Nathan, auch mit ihm. Ich habe mich mit ihm geholfen, Max. Ok, und was würde passieren, wenn wir von Dingens und von Frank und Rachel reden würden? Er ist ein Puppe. Mein Mann liebt sein Puppe. Especially wenn der Puppe ist dein persönliche, drooling Bodyguard. Du kannst es beten, er trainiert das Puppe auf blood. Gross. Ich würde nicht beten. Wo wurde der Puppe? Frank beten auf Puppe. Er hat eine revelation, er hat ein paar Puppe. Er hat einen für sich selbst. Er ist noch ein Puppe. Du und die Chloe bleiben weg, oder? Was kann ich für dich tun, Mann? Hm, ja. Ok, jetzt haben wir das. Können wir damit jetzt... Ein Puppe. Puppe. Ein Puppe. Now get off my crack whore keep your piles shut So that's interesting are you fucking stupid get out of my space Okay, I really pissed him off I need to go back Wenn du das meinst Hmm Ich weiß noch nicht wirklich wo ich mit dem ganzen hin will Okay Hier scheinen wir jetzt in die Sackgasse gelangt zu sein, das heißt What the fuck now David Madsen is looking for that gun He might show up on your RV step Oh, I'm trembling I don't need to take his little museum piece Could I get you to drop Chloe's debt Are you supposed to be a smart student You'll find out if you do me this favor Thanks godmother But I don't need your favors And Chloe doesn't get any from me You know I saw that photo Rachel gave you You know I saw that photo Rachel gave you Uh How do you know about that? Huh? Chloe, right? She just told me that one of Rachel's favorite pictures was the one she did for you Really? Yeah, I mean, that's what I thought She was just a natural beauty, you know Wait, wait, let me let me find it Here, judge for yourself My work here is done here Frank I have the keys Time to bounce I just wanted to see what would happen if I did this I'm gonna kill you Na gut The magic keys to Frank's RV kingdom Ja, wer is doch You eat like a pig Try the floor I was eating those beans Are you fucking insane? I was eating those beans Keine gute Idee Lustig, aber keine gute Idee Wie können die doch nicht einfach nehmen? I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole You did not just do that Give me back my keys, bitch Oh, natürlich Give me my keys now Und jetzt haben wir die Schlüssel Moment, ich mach das ein bisschen schneller Kleber Ähm, hier geht's raus Oh, da ist doch hier, wir haben... Hey, wir können sie wieder retten. Alyssa, schau dir! Hör auf, Max. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann misstrauisch wird, aber sie ist einfach so geil. Puh, das war nah, Alyssa. Okay, Max. Das ist die dritte Mal, dass du mich von Harms' Weg retten hast. Du willst, mein Angel zu sein. Nicht bedankelen, ich habe nichts spezielles gemacht. Ich sah dich versuchen, meinen Freund Gade auf dem Ruf zu retten. Der einzige, der hat es getan, während die Leute Kamerapix haben. Es ist schwer, hier die richtige Antwort zu finden. Ja, ich versuchte, und Kate murte. Kuck dir das blöde aus. Die ganze Schule sah dich versuchen, sie zu retten, aber niemand konnte. Du bist immer ein heros, Max. Das ist nicht so, wie ich heute fühle, aber danke. Hey, sie ist auf einmal viel sympathischer. Sie spricht zwar so, als hätte sie den Mund voll, aber... Daran soll es ja nicht scheitern, ne? Wo ist Chloe? Da ist Chloe. Nee, da wird er noch überfahren. Ich glaube, wir haben den Hund einfach unseren Mann gemacht. Entstanden? Jetzt kann er in Frieden schlafen, aber wir müssen nicht Zeit verbrauchen. Der Hund ist jetzt beschäftigt, aber er könnte zurückkommen. Ich will das nur kurz durchspielen. Ich weiß, glaube ich, was passieren wird, aber... Nachschauen. Oh, bitte, bitte, nicht lassen Sie den Hund verhörten. Oder schlimmer. Nein, ich will nicht da gehen. Deshalb schmeißen wir es einfach auf den Parkplatz. Ich glaube, wir haben den Hund einfach unseren Mann gemacht. Entstanden? Jetzt kann er in Frieden schlafen. Aber wir müssen nicht Zeit verhörten. Kinde. Verdammt. Ich dachte, meine Zimmer war ein Scheiß. Du bist kein schrecklicher Drogenbewerber. Frank hat Probleme, aber er ist nicht schrecklich. Ich weiß, dass ich ihn mit Rachel's Bracelet gesehen habe. Oh, wir können überall in diesem Schlafen fahren. Kannst du uns sehen, dass wir nach dem Weg nach dem Weg zu Big Sur und übernommen? Ja, wir würden uns auf die Straße verhörteren. Und du wahrscheinlich will ich dich wiederhörteren. Chloe, wir sind in Ordnung. Wir brauchen clues über Rachel. Ich weiß, dass wir uns auf die Straße verhörten. Ich frag mich gerade. Können wir jetzt? Okay, nein, können wir nicht. Ich dachte, wir könnten wieder so weit zurück. Ja, sehr gut, Chloe. Ich dachte, wir könnten jetzt wieder so weit die Zeit zurückdrehen, dass wir dann Chloe die Tür aufmachen, sozusagen. Weil das ja irgendwie ständig passiert in dieser Episode. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es hier noch zum Showdown kommt. Irgendwas sagt mir was, sagt mir das. Das hab ich leider nicht gehört, was Chloe da über Warren gesagt hat. Indeed, aber... Wär irgendwie ein bisschen... Humpidou? For reals? That's a poodle's name. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Of course Frank gets the munchies. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Es geht. Es geht. Ich versteh's auch nicht. Ich würd nicht so leben wollen. Das ist ein ziemlich extrem leichter. Sind die für Frank oder ist er sie verkauft? Oder beide? Sieht eher so aus, als würde er die brauchen. Too bad, ich hab nicht meinen Frank-Bowers-Decoder-Ring. Okay, was könnte das heißen? Naja, so wirklich sagen mir die Namen eh nichts. Außer Katie vielleicht. Woah, was the hell is he doing with that dog? Ach, stop it! Wenn ich nicht wissen, was der da mit seinem Hund macht. Oh, oh, geheimfach, oder? Vielleicht ist hier was drin. Vielleicht auch nur Gras. Ähm, tja. Haben wir das Buch schon mal angeschaut? Hm, nee. Tja, mit dem Messer vielleicht am ehesten noch. Das ist fast so gut als ein Set von Kiezen. Okay, das sieht zwar offensichtlicher aus, das Teil hier, weil das auch lose ist, aber wir schauen trotzdem erstmal hier. Oh. Kursen. Nichts hier. Oh, schade. Das Knochen ist gebrochen. Rup. Scheiß-Messer. Meine Blade wird irgendein Portal öffnen. Hm, das ist interessant. Oh, schade. Sorry, Chloe. Oh, Mann. Rachel und Franks Hund. Hm, das ist süß. Ich weiß nicht, ob ich bemerkt oder bemerkt sollte. Das lesen wir so. Frankie B. Ich hoffe, ihr readt das erste Mal in der Morgen. Sorry, über das letzte Mal. Ich war being ein monströser Mensch, und ich habe es auf dich. Und poor Pompidou. There's a lot of weird shit going on in my life, and sometimes I feel like I'm never going to get out of Arcadia Bay. Thank God for you. You're one of the best things I have here, and I smile when I think of us together. Let's just drive out of here forever. Love you always. Heart, Rachel Amber. Hm. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Irgendwie sehen ihre Augen gruselig aus. Rachel really did hang out with Frank. Da sieht er irgendwie auf einmal relativ nett aus. I'm learning more about Rachel than I want to know. Maybe we need to break our routine. XO, Rachel Amber. Ist das nicht ein bisschen blöd, wenn du das mitnimmst, Max? Ja, gefällt mir besser so. So, was hast du gefunden? Chloe ist nicht schmerzt. Sie liebt das. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms on the step fucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit. Who hasn't? Fuck everybody. Chloe. Nicht gut. Fragezeichen. Gar nicht gut. Ausrufezeichen. Banah. Dann geht's ja los. Sieg ja los. Banah. Hab ich Lord. Bo. B Biz.